Man nennt ihn das One Piece. Also ich sag's nochmal zum Mitschreiben. Wir spielen gegen Spieler. Sechs, warte, dann nehm ich die. Ich will die nicht, ich will dich. Nein, nicht bereit. Ich bin total überhaupt gar nicht bereit. Muss ich echt die OMH? Also muss ich fünf? Ich will aber nicht. Sag mal, du willst mich heute quälen, ne? Du sag. Du weißt, ich muss so ein scheiß japanisches Leuchtschiff nehmen. Also kann ich nicht, dass du die scheiß Schiffe hast. Ne, uauu. Doch, solange der Mensch nachher Freiheit dürstet, um seine Freiheit eintritt, wird er eh. Ratte, ich soll dir schreiben, wenn ich Lust habe? Was? Was? Wer hat hier was? Du meinst aufs Spiel, auf Warships. Ja, das hat weiter bestimmt. Wie, willst du jetzt behaupten, ich wäre nicht attraktiv und begehrenswert? Jetzt dünnes Eis. Nein, keine Antwort, bitte. Ich könnte sonst weinen. Gegen andere Spieler. Was für eine schöne Farbe hat mein Monitor. So bunt, ne? Ja. Was wollt ihr machen? Keine Spider-Man-Muster drauf machen. Also ich fahre rechts oben lang. Das war wahrscheinlich die beschissenste Idee ever, aber egal. Ich strebe auf Wiederum. Okay, dann bleibe ich bei euch. Nee, du gräst, du Arsch. Gott, nein. Ich bleibe bei euch. So, ja. Oh nein, hat sie gesagt. Ey, die kann Deutsch. Die hat oh nein gesagt. Mit dem ersten Glied ist die Kette geschmiedet. Wenn die erste Reden lizenziert, der erste Gedanke verboten, die erste Freiheit verweigert wird, dann sind wir alle unwiderruflich gefesselt. Erik Sati. Aka, äh, Star Trek, das nächste Jahrhundert, PK-Spruch, wo er auf dem Gerichtsmarkt sitzt. Okay. Läuft, Digga. Episch. Da muss ich schon ein bisschen mit meinen Tränen kippen. Ja, okay. Oh, 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 okay. Und der Typ, der beide Geh mal die Titel eintippt, ist ein ganz blöder Penner. Da arbeiten zwar viele, sowohl Frauen als auch Männer. Ja? Und die können wir nur hier, Frau Verbund. Hey, schon singt es super gut, du. Hier, Leute, ich bin Kreuz. Und die Sabine, die ich meine, nennt sich Maria. Wer kennt das nicht? Einfach geradeausfahren. Wie kannst du einfach da querfahren? Nein. Das geht nicht. Das finden die bestimmt total rücksichtslos. Wer auch? Pff. Muckt einer, einer kriegt der Torf. Äh, wie sag ich immer, ich hier, bremst du keinen Kreuzer? Oh, oh, oh. Warte, warte ich nicht. Warum hat man zwei Leute auch Leute auf mich gezielt? Äh, weil links ein Flucksack kommt, aber nein. Ah, du bist, oh. Du kriegst direkt als erster eins auf die Fresse. Wo ich war, der Pisse? Äh, Cheetah. Du hast nicht geduscht. Nein, komm. Ich mach erst mal die Duschen. Nein. Sagt wer? Das sage ich, da ich Duschen brauche und mich eingeseift habe und auch noch abgeduscht habe. Kann deine Dusche das... Äh, in einem... Ja, ja. Wird sie das bestätigen? Dann ist ja eine Bayern-Anwende. Au. Was? Äh, kurz gucken, kann ich drehen? Uh. Was ist denn das? Oh, Oma Besuch. Oma Besuch. Oma ist nichts Gutes. Top 10, don'ts. Oh. 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 Oh, 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 oh. Und das mit meinem Kack-Leuchtschiff, das nichts kann! Äh, tschüss, Alke. Nix. Nein, nix, tschüss. Ich fress nur einen. Wir schießen da auf mich, Amena! Das war nicht sehr nett. Und auch nicht sehr witzig. Ich traf mich. Ich glaub, sei das... Vielleicht jetzt der fährt rückwärts oder sehe ich das falsch? Äh, ist schon drückwärts? Ich lebe noch. Jetzt fährt er vorwärts. War ich wahrscheinlich falsch gesehen. Boah, was tut's mir da. Gehen die Insel, ich bin voll gut, Alter. Hast du denn wenigstens die Insel auch richtig getroffen? So richtig mit dem Schuss, Alter, mit dem Schuss. Wow. Das ist ja schlecht. Lieber Zerstörer, den Scheiß kannst du bitte mit dir alleine machen. So doof bin ich auch noch wieder nett. Ich fahre, äh, vorsichtig, rechten Zerstörer, Heike. Ich hab da schon hingetobt. Äh, ich seh, ich seh, ah, meinst du die Farragut? Ja, die ist direkt neben, neben uns. Ja, ich seh sie. Aber ich hab jetzt vor mir die AO wahr. Ich muss nur gucken, ob meine Türme sich noch drehen. Ich denk mal, die hat mich jetzt auch aufs Korn genommen. Blöde Cody. Da hätten sie, Sosho. Na, da brauch ich nicht schießen. Die versucht den Zerstörer zu treffen. Ich hab jetzt so ein bisschen Schiss, wie viel Zerstörer haben die zwei? Weil, ist links, ist das unser Nebel oder deren? Äh, weißt du was? Wir sprechen. Mach mich ein bisschen nervös. Hier, ich bleib bloß nicht lang, Dämonia. Was? Hinten in der Ecke da hinten steht der selber Schiffelzerstörer. Ja, ich, äh, such ihn zu, äh, umgehen. Äh, damit ich ihn von hinten, äh... Da kommt auch noch die Bayern durch, passt bitte auf. Ja, ja, ich dreh, ich dreh bei. Okay. Tobi, fährst du rückwärts? Nein, vorwärts. Sieht nur raus. Okay. Wir müssen auf die Karte gucken, weil ich kann nicht gleichzeitig... Das wusste ich, Torps. Ne, das war seine. Okay. Oh, hier ist ja ein Wrack. Ich wurde entdeckt. Wer will denn jetzt was von mir? Boah, ey, bis die mal reagiert auf das, was ich ihr so eingebe. Hallo? Wir müssen nur einmal den Zerstörer blicken. Großen der... Jünger den Zerstörer, äh, nicht gesehen. Nein. Ne. Ich sollte hier mal vielleicht beidrehen. Ja. Ich hab den. Die Be... Alt, oh, vier Kilometer, fuck. Was machst du? Boah, die labert mich die ganze Zeit so dermaßen. Oh! Welche Potser schickt mir die eigenen Torpedos rein? Ich bin tatsächlich mal nicht. Boah. Ja, aber wo ist der? Ich sehe denn hier nicht. Hier ist keiner. Und wir haben hier auch kein Schlachtschiff mit Torpedos. Was? Oh. 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 Ich bin tot. Okay. Ja, klar, Alter. Was? Nicht? 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 Ich bin raus. Also tot. Warten die? Ja, okay. Das war nicht gut. Aber... Warten die? Ja, okay. Das war nicht gut. Ach, der will von beiden Seiten kommen, ey. Wat ne Sau. Oh? Booy. Wohoho... Hohohoho. Warum? Jetzt werde ich aber langsam stinkig. Uwe, passt auf, du bist bei der auf Torpedos, ne? Die Creighton. Jetzt fress ich auch noch. Weil ich unaufmerksam war. Ich, blöde Kuh. ich kann mal zu euch nach hinten Lilliana, hallo! Das ist Tops! Das ist Tops! Das ist Tops! Drehspitzer der Bayern zu, wenn du dich einmal richtig tritt, bist du Muß! Wer hat das denn jetzt gesagt? Irgendjemand ist Bruder? Ja, Tobi! Ja, alles schick! Alles gut, alles schick! Und bei dir auch so unglaublich warm! Ich habe jetzt gerade hier noch 29 Grad! Du bist noch nicht spitz genug, Tobi! Du Ferkelskopf! Ich versuche hinter die Insel zu kommen! Ich guck mal, dass ich den hier jetzt ein bisschen beglücke! Äh, wo ist er denn? Daaa! Mal! 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 Einen Turm habe ich ihr ausgeschaltet! Ich werde jetzt noch nicht irgendjemanden... Pass auf, ich erobert! Die steht ja vor! Hm, ja, ich... Erobert... Ja, klar! Oh, das ist nicht nett, was du da machst, Bayern! Das ist nicht nett! Die steht da nämlich um Warte, bis da jemand reinkommt! Okay... Jetzt fährt sie aber... Hat sie? Ja, weil die sich Bewegung gesetzt hat! Ich wollte sie auf dich geschmissen haben und da du jetzt sogar noch perfekt eindrehst! Ich krieg' keinen mehr hin! Ich bin zu doof dafür! Erobert ist gleich, äh, down! Sehr gut, Tobi! Sehr schön! Boah, ich hasse es mit diesem Schiff... Schippern zu wissen! Warum tut ihr mir das immer an? Ey, keine Torps geschmissen! Wie dumm ist der denn? Nein, keine Torps! Doch, Art! Doch, Art! Ich fress zwei! Von der A-O-Ber? Die hat sie auf dich gelassen! Die haben sie auf dich gelassen! Die A-O-Ber? Die hat nicht getrobt! Oh! Du Arschgesicht! Jetzt müssen sie die Bayern jetzt weg! Entschuldigung! Es ist echt, es ist so bläh! Das war's! Ich bin down! Ihr lasst mich schon wieder alleine! Könnt ihr doch nicht tut! Warte, 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 noch nicht! Torpedobomber! 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 Oh, da kommt schon wieder die nächste Torpedobomber! Ich hasse sie! Das ist keine Liebesgeschichte mit denen! Okay, dann wollen wir mal gucken, was wir für die Kongo tun können! Ja, ich dreh schon längst weit! Brems! Vorsicht, die Kongo kommt auch noch zu dir! Alter! GZ! Ich bin down! Hast du Einbruch? Ich bin zu drehen! Ich versuch mal die Kongo abzulenken! Hallo, geschützt muss man, bitte! Danke! Was? Warte! Irgendwie spinnt meine Tastatur total rum! Tobi, du darfst nicht sterben! Ich versuche es! Ja, dafür kriege ich jetzt von da hinten auf die Socke! Warum müssen die da jetzt zwischen den Inseln durchfahren? Da richten die doch gar nichts mehr aus! Außer, dass sie ein perfektes Ziel für die Torpedobomber sind! Was? hätten sie noch viele bedrohungen das ist ein fehler wort besuch es okay da hat mich einer ganz böse erwischt wer nicht so gern kommt den hast du gehabt nein ich hatte nicht gehabt nein denn jemand anders hat ihn angezündet aber er hat bereut dass er dich ignoriert hat ist auch ich bin draußen ja ich auch heute hier drin bleiben das ist eh nicht mehr lange was ist das jetzt von der ansage ja oder nein das gibt es einfach okay das ist eh noch die Fuso und zwei Kreuzer von uns und das war's dann wieder liebe Kreuzer fahrt einfach hoch zur enemy Base und Cash ganz einfache Kiste okay die kriege jetzt natürlich von der so nicht machen wir haben sowieso verloren die Basis von uns ist sowieso weg ja das war mal wieder keine so gute runde was sagt denn mein handy bei denen die sagt so komische sachen das geht nicht mit dem schlachtschiff immer besser das ist gut boah das Toffelik und ist so geil ne was ist geil das war die Fuso du so und du so hier wenn wir jetzt gegen spieler spielen wird dann ist doch eigentlich egal ob ich jetzt die mexiko nehmen eine muss auf t5 bleiben weil wenn du jetzt ein t6 einnimmst und wir sind hier 5 kommen wir in 7er und 8er matches rein wo t5 war nicht reingehören ich sage was diesen punkt des mehrens einen stützpunkt macht er auf und so ist mir warm es ist so warm und nicht zu sagen es ist warm es ist egelisch warm oh ja es ist ganz warm mir wird ganz warm ums herz also da fand ich so eine miese leistung ist das doch auch ganz okay so ums herz new york hat mich rausgenommen die sau wollt ihr nicht mal aus lauter spaß die atlanta spielen oh man ich will nicht immer leuchtes schiff machen nächste runde nehmen wir mal die atlanta dankeschön